Musik So, du kannst direkt eigentlich schon verzaubern. Ja, genau. Und guck, hier ist Ropis nämlich hochgeschwommen und dann kam der Creeper und dann BAM war er weg. Okay, ich zieh's rein. Ach, dann wie gesagt, hier und... Scharf ist zwei noch weg eins. Nicht geil, aber scharf ist zwei. Ich schau mir mal das an. Ja, hier ist das. Hier ist aber Cobblestone platziert. Hatten die Cobblestone platziert? Nee, ich glaub nicht. Wir könnten mit dem Creeper die Chess kaputt machen. Ja, aber wie gesagt, die wären ewig, dass wir da sind, weil wir nachjoinen, neben denen stehen. Aber wollen wir das auch direkt neben denen ausmachen? Genau neben denen, Alter. Wir sind so behinderte Menschen geworden. Oh Gott. Alter, ich freu mich schon so auf die nächste Folge. Och Mann. Wir sind instant mit denen drauf. Also wirklich instant. Es wird richtig lächerlich. Ich will schlafen. Soll ich noch kurz schlafen gehen? Du rufst mich an. Jetzt macht man. Hoi, Debitor. Alter, ihr wisst nicht, wie ihr uns damit gerade stresst. Alter. Los. Hopp. Ja, komm rauf. Ja, komm. Mann, ich bin so fertig. Gehst du dann auf Direct Connection? Oder gehst du auf Doppel. Zwei Leute drauf. Echt? Ja. Okay, schon. Und? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich barge. Ich barge. Ich nicht. Ich sehe aber auch niemanden. Ihr wundert euch, warum wir jetzt gerade in Acht scheuen und warum hier nicht Tadl und Adi stehen. Nämlich, dachten wir uns, ja Tadl und Adi, die Folge kennt jeder. Ich denke mal, dass der Tim die gesniped hat. So war es auch. Tim hat die gesniped. Ungespielt. Ah, es war so klar. Hey. Na? Oh fuck, ich bin so aufgeregt. Wo sind die alle? Wo wollen wir hinrennen? Ich sehe Holly halt nicht, ne? Weil wir dachten halt, wir können laufen. Lass mal hier so ein bisschen in den Wald gehen, oder? Ich bin so gespannt, was jetzt passieren wird, ne? Ja, ich auch, ey. Wir dachten eigentlich, dass ich hier, also ziemlich nah, vielleicht Holly ausgelockt hätte. Deswegen dachten wir uns, wir join Holly hinterher. Hier ist niemand. Das ist mal, schön immer auf diese große Wiese, okay? Okay. Ich sehe hier niemanden. Ich sehe aber auch Holly nicht. Okay, wir sind zusammen, das ist schon ruhig. Erst was. Ich hätte wetten können, dass die hier zumindest hier sind. Hätte ich auch gedacht, ja. Aber sieben und so, die wollen ja auch alle auf jeden Fall fighten. Ja. Ich weiß halt nicht, was sieben und so hat, ne? Ja, weiß ich auch genau, ob nicht. Das muss man hier bis in den Wald gehen. Skelett. Skelett, ja. Skelett. Hab ich. Oh Gott, ey. Hier sind überall Skelette. Krieg bei hinter dem Pass auf. Ja, scheiß drauf. Ein Herz nur. Was machen wir jetzt? Ich habe, ich dachte eigentlich, dass die wirklich hier in der Nähe sind. Ich sehe noch ein bisschen, hier. Hier, unter uns, unter uns, unter uns. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ungespielt. Ich esse einen Apfel, ich esse einen Apfel. Ich sehe sie. Geh nicht runter, geh nicht runter. Spam im Bogen. Ich, 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 ich würde keine töten. Holly ist das, Holly ist das? Einfach, einfach nur schießen, okay? Hab ihn, okay. Schön, ich geh rein. Nee, ich würde nicht reingehen, wegen Debitor, ne? Okay, der ist eigentlich, er war eingebaut. Schönes Ding, Alter, wie, was für Adler Augen du hast. Zack. Aber, ich sag dann, wie gesagt, wir haben jetzt so wirklich einfach alles darauf gesetzt, dass Debitor und Holly hier in der Nähe sind und wir wurden sogar belohnt. Die Frage ist jetzt nur, wo chillt in der Zeit Debitor, ja genau. Ich bin auch gerade nicht bei dir, ne? Also ich bin halt unten. Okay. Hm. Ich sehe hier niemanden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Debitor angreifen würde. Ja, glaube ich auch nicht. Ich nehmte mal gerade ein bisschen Zeug. Ja, aber ja, ich sehe hier halt auch niemanden. Im Beleckte aber auch ein bisschen sogar. Ich bin jetzt sogar relativ weit weg von der Stelle, ne? Okay. Das heißt, relativ weit weg ist übertrieben. Ja, ich komme wieder hoch. Ich habe meinen Apfel verschwendet, das war scheiße. Aber ich dachte halt, das wäre Simon am Anfang. Ja, dachte ich auch, weil Simon hatte sich ja am Anfang. Die hätten sich ja dort unten drunter gegraben. MR und GLP, als Tadel da noch war. Okay, das bist du, sehr schön. Die Frage ist jetzt, wo ist Debitor? Ich kann mir vorstellen, dass der trotzdem hier irgendwo noch ist. Ja, auf jeden Fall. Die werden sich nicht so weit getraut haben, denke ich. Ich wurde vom Skelett getroffen. Die Frage ist halt nur, wo und ob der da jetzt bleibt oder ob der halt sagt, er möchte das ganze Projekt hier noch ein bisschen alleine weiterspielen. Oder halt, was bist du? Ich habe keine Ahnung, wo wir gucken. Wollen wir mal auf die Bäume vielleicht, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir da was sehen. Diese Mobs sind auch alle nicht mal arg große. Also ich denke mal, das wäre ein gutes Indiz dafür, dass da halt jemand ist. Und es ist halt niemand, glaube ich, einfach. Und wir sind halt wirklich instant gejoint. Also, keine Ahnung. Lass uns mal vielleicht auf die offene Fläche gehen. Wo würdest du dich ausloggen? Wo würdest du dich ausloggen, wenn dein Teampartner... Ich habe eigentlich gedacht, dass diese... Weil Holly Bay eingebaut. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte gedacht, dass Debitor auch da ist. Wollen wir vielleicht mal probieren und vielleicht dort ein bisschen umgraben, aber... Aber Debitor hat direkt danach geschrieben, deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Eben, auf gar keinen Fall eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass Debitor direkt so... Wollen wir mal in die Richtung rennen, in Richtung Walls weiter? Warte, ich schau gleich. Ich weiß nicht, wo du meinst. Ich frage noch kurz Spinnenweben. Vier habe ich schon mal, das wäre schon mal ein neuer Bogen. Ähm, ja, weil das ist aber immer saugefährlich, ne? Also, von mir aus können wir jetzt... Wir können eh Richtung Spawn erstmal laufen. Und das wäre ja mehr oder weniger Richtung Spawn sogar. Aber krass, ey, keine Ahnung. Dass Debitor nicht da ist. Ich kann dir eine Diabschutzsacke geben. Oh, das wäre sehr schön. Also, was hat der für Equipzung? Die Rüstung habe ich nicht mal. Aber ich habe richtig viel Eisen. Wieso nicht? Aber die Rüstung brauchen wir, oder? Ich habe sogar Rüstung weggeschmissen, aber ich bin da direkt hochgegangen. Okay, also denkst du, die ist noch da? Brauchen wir die Rüstung? Wir brauchen die, glaube ich, schon zum Verzaubern, oder? Ja, ich habe so viel Eisen. Wirklich? Wir müssen noch einen Amboss machen. Wie viel Eisen hast du? Über den Stack. Ja, okay. Dann lass ich... Stack und 14. Dann lass in die Mitte gehen. Also zum Spawn. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass wir dort auch auf GLP und so treffen werden. Was nicht schlecht ist, weil ich glaube... Wie viel Pfeile habe ich noch? Ich habe 32 habe ich noch. Das dürfte auch noch ein bisschen sein. Oh, aber richtig Respekt dafür, dass du den Namen gesehen hast. Ich werde weggelatscht. Okay. Aber ich sage ja immer, scouten. Okay, selbst mache ich es überhaupt nicht. Aber ja, okay. Oh, falsch an. Ich muss essen. Ja, wir laufen jetzt einfach direkt zum Spawnen. Oder ich glaube, Debitor hier irgendwo zu finden. Wir haben mal geguckt. Heute werden nämlich richtig viele Leute live gehen. Oder aktuell gehen. Unter anderem Judy, glaube ich. Team Luder mit Dehner und Paluten. Der ja aber halt doch irgendwie in Urlaub ist. Oder Fähre machen ist. Ah, sehe ich. Siehst du mich? Jo. Chelek. Oh, ich dachte schon. Alle Schafe sehen aus wie Gegner mit Eisenrüstung. Ich muss Schafe generell einfach irgendwie... Auch wenn sie weiß sind. Schwarz machen oder so. Und schwarze Schafe weiß. Oh, Enderman tötig, oder? Guck mal, wie ich den schicke... Oh, Mann. Schade. Das irgendwo noch einer, glaube ich sogar. Oder sind wir so die Nachgeräusche? Ich habe 10 Level. Soll ich mal Hollys? Die ja schon oder 8. Was? Lassen Sie es ein Nether machen, okay. Wir bauen uns da so eine kleine Festung. Oder feste, das ist übertrieben, aber... Ich weiß nicht. Für 10 würde ich... Bist du vor mir? Ich bin links neben dir. Ich bin echt nah, war ich bei dir. Ich bin nicht weit weg. Eventuell könnten wir auch mal versuchen, noch einen Apfel zu bekommen. Oder zwei Äpfel. Aber das dauert zu lang, glaube ich, oder? Also ich sehe dich nicht. Ja, ich kann es halt Lacken. Ich sehe dich. Komm, du bei dir. Ich versuche gerade zu Lacken. Ja, komm, Lack rein. Ja, los. Ich mache noch 8. Vier noch. Ach, come on. Einen noch. Los. Wir sind wie Glücksspiel gerade. Ich mache es auch vor allem alles mit dem Schwert. Alle werden schon wieder sagen, oh, Dekka. Double Duability. Boah. Meine Augen, sie brennen. Enderman. Soll ich einen Enderman holen? Auf offener Fläche, Logo, oder? Ja, kann so. Wollen ich, weil ich gucke mir nur auf die Füße, weil das Tim immer sagt. Dann fordert der sich nicht weg. Es klappt wirklich. Ja, natürlich. Ich habe es ihm nie geglaubt. Es hat noch nie geklappt, Mann. Das klappt immer. Alles, was der sagt, klappt eh nicht, Mann. Der verarscht mich von vorne bis hinten, weil, wir haben es bis vorne überrannt, weil er wusste, irgendwann werden wir in Warum nicht miteinander team und dann werde ich alle Sachen falsch machen. Okay, wollen wir jetzt in die Hölle? Ja. Aber, warte. Noch, ich esse noch. Und wir werden auf der Hut sein. Wir müssen sehr... Wie, pass auf. Ich weiß, ich wollte mich da doch nur reinboosten. Oh, ich habe die Chess kaputt gemacht. Okay. Das zählen bringt ja nichts, weil das nicht cool ist, wie gesagt. Das haben wir letztens schon gehört. Ja, trotzdem. Okay. Komm her, Simon. Komm her, Simon. Ja, wo bist du? Okay, ich verzeibe, ich sehe, dass die ja schnell auf acht war. Aber nicht hier einfach so. Komm mal mit. Warum nicht? Ich zeige dir einen schönen Ort hier. Weil den habe ich letztens schon gesehen. Das wäre mal. Hier, guck mal. Oh. Aber hier ist nicht so viel Quarz, merke ich gerade. Hey, hier war ja schon überall jemand. Was sind das? Ey, wir sind im Nether. Da fällt mir gerade ein, ich müsste aufpassen. Oh, das ist ja schon den Huren so ein Gast. Ich nicht. Jetzt höre ich ein Bam. Ähm. Hab deinen Namen gesehen? Ich glaube nicht. Ich würde gerne im Nether kämpfen. Das wäre so zwei Traumata auf einmal. Hier hinten. Hier fühlt es sich schön an. Oh. 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 Da wurde was abgebaut. Pass mal auf. Döhm. 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 Ich glaube es einfach nur von irgendjemand anders. Nicht aufgesammelt worden. Glaube ich auch. Ich war zwar mit dem, dass die ja schwer gebracht. Ja, okay. Weil hier, hier wollte ich dich hinführen. Okay. Du wolltest die vergewaltigen. Döhm. Uha. Der. Oh. Die kam jetzt aber schnell geflossen. Komm schon. Acht. Was darf ich verzaubern? Scharpenes eins ist nicht gut für Level acht, Tobi. Das wollte ich dir gerade mal sagen. Lassen wir schnell weiter und nicht so dumm labern. Und wirklich weiter Level fahren, weil, wie gesagt, ich glaube ich brauche zweimal vier Level oder so. Da kann ich schon meine Rüstung Pro 2 machen. Wir können die Schwerter, müssen wir ja schnell zusammen machen mit Level 4. Ja, ich habe noch drei Dias, das heißt, ich könnte auf jeden Fall noch ein Schwer auf eins verzaubern einfach. Es lohnt sich, glaube ich nicht. Lass es mal. Scharpenes drei Dias Schwer, kann ich mir mitnehmen. Ja, warte mal, nicht verschwenden. Aber Scharpenes drei bekommen wir ja eh wahrscheinlich, weil einer dann Scharpenes drei Eis nimmt. Ehm, platziere mal deinen Tisch, bitte. Einen Tisch. Merci beaucoup. Ich nehme jetzt das hier. Sind es wir? Hey, ich muss gar nicht, dass die auch aufnehmen. Ja, die nehmen wir auch gerade auf. Ähm. Also ein Losblatt haben. Ja, ich weiß, ich wollte auch das hier machen. Nein, ich habe jetzt Schaden bekommen, jetzt brauche ich, das ist teurer. Jetzt werfe ich dann das hier weg und ziehe das hier an. Gott, was mache ich hier? Zack, zack, und die andersrum. Das wird super billig hier, vier. Jetzt habe ich schon mal Protection, zwei Schuhe. Und sein Boss ist down, ne? Den habe ich gerade gegessen, ja. Ähm, hast du ein Dings? Äh, Crafting Table? Dann muss ich ja neu craften. Ich habe, nee, ich habe aber nur sechs Holz. Ja, ich habe nur sechs. Sollen wir, ähm, einen, ein Buch machen? Nee, ne? Ich brauche halt vor langsam ab, wo ich eine Diapick habe. Ja, jetzt geht's so, Gott. Wir brauchen auch noch irgendwann Level 14, dann können wir die beiden, Sharpness, zwei Dierschwerder zusammen machen. Und unsere beiden, Sharpness, Eisenschwerder. Okay, 14 Level, sagst du? Für dieses Dierschwert wahrscheinlich. Okay. Und das Eisenschwert wird wahrscheinlich weniger brauchen, glaube ich. Und ich glaube, das wäre logisch. Ich weiß nicht, wir hatten da vorher drüber geredet und ich weiß nicht, ob das... Ich mache jetzt schnell Level 7, dann verzauber ich das andere Schwert, okay? Weil ich, oder Level 8 war das, ne? Hä, was, was denn? Dein Dierschwert, ja. Das Lottospielen, Alter, ich, ich liebe es. Ich, also wenn du mich nicht davon losgereist hättest, dann wäre ich jetzt immer noch beim Bladder abbauen. Der Apfel wäre schon längst da, Mann. Ich glaube, wir wären aber auch schon bald wieder gekickt, ne? Ähm, wo hast du denn den Sharping Table? Wo bist du? Tobi, Tobi. Hinter dir. Warum rennst du dahin, wo kein Quarz ist, Alter? Ich habe da hinten Quarz gerochen. Und das ist... Mr. Moor Game meint, er will jemanden töten. Ja, Mr. Moor, hier... Der soll kommen, ey. Wo war's denn jetzt? Jetzt renn mal nicht so rum wie so ein Verrückter. Ja, ich bin da vor ihm. Ja, hi. Ja, ne? Ich muss hier die ganze Scheiße machen. Ich muss auch erstmal das Dierschwert craften, fällt mir ein. Hier, nimm mir mal die Diers und du nimmst Zuckerrohr hier. Schnell. Danke. Crafting Table? Gerade habe ich die Scheiße abgebaut, weil ich dachte, wir gehen weiter. Du hast mir zu viele Diers gegeben, sorry. Ja, du hast Pech halt, in die Mitte. Sorry, dass ich so anstrengend bin. Okay, was brauchen wir? Level 8 hier, ne? Digga, nice. Sharpness 1, Unbreaking 1. Hat geklappt. Soll ich das direkt wegwerfen? Lass uns eins auf Level 1 verzauern. Nein, das ist ja vollständig Verschwendung, Tony. Manana. Das wäre logisch, wenn wir die jetzt reparieren. Wenn ich das jetzt benutze und ein anderes Scheißschwert auch... Was hast du noch? Irgendeinen anderen Crap? Nein. Was? Nein. Ja, hey, was willst du jetzt? Nichts. Ja gut, lass das hier wieder alles stehen. Dann endet das so wie bei Talondadi, dass die dann einfach geprüft werden und abgebaut werden. Oh, die machen richtig viel Schaden. Habe ich keine Rüstung an? Du hast die Pigments angegriffen, bist du so total behindert. Ich wollte mein Schwert anschlagen. Du hast die jetzt auch angegriffen. Ja. Junge. Die machen echt voll viel Schaden. Ich wollte mein Schwert. Ja, natürlich. Jetzt können wir aber unser Schwert zumindest reparieren. Ja, Alter. Weißt du, wie viel Damage die machen? Ich habe einen halben Haft. Jetzt greifst du uns jedes Pigment-Vieh an. Aber auch andere, oder? Keine Ahnung. Tut ihr den Gast nicht? Der hat uns nichts getan. Jetzt komm. Was wollen wir machen? Ja, warum greifst du die Pigments an, Alter? Der sah so aggressiv aus. Hast du... Was für die Schwerder hast du gerade alles? Sharpness 1, Sharpness 2. Ja, dann war das doch nicht so gut. Weil ich habe jetzt ein Sharpness 1. Wir könnten nochmal Level 7 machen, Level 8 machen und die beiden Schwerder zusammen machen. Ja, wir haben aber keine Dias mehr genug. Hä? Der Pigment möchte mich gar nicht angreifen. Du hast gelogen. Guck. Ich habe die gar nicht aggressiv gemacht. Das waren nur so ein paar. Seine Kollegen da halt. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen voll die umkursive Folge. Wieso? Ich... Ähm... Wir folgen Dings. Äh, wir farmen Dings. Ähm, Level. Also ich... Lass mal hier runtergehen. Ich habe hier noch ziemlich viel. Warte. So. Ich habe auch 14, ne? Ich kann irgendwas machen. 14, haben wir gesagt. Dierschwerder zusammen. Dann fahren ich Eisenschwerder zusammen, okay? Okay. Schaffen wir das noch mit platzieren und dann abbauen und Inventar voll und so? Hier, nehmen wir das schnell. Ich gebe die Mannschaften 2. Oh, den Schwerd. Das kostet 29 Level. 29? Ja. Hast du es richtig rum? Ja. Das andere... Ähm, Achtung, abbauen, 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 abbauen. Dein Dierschwerd? Nein, ich habe das nicht. Ich habe doch dein Eisenschwerd. Ich habe es, ich habe es. 29? Wir hatten 14 abgemacht. Oh, shit. Wir hatten echt 14 abgemacht. Ist doch egal, wir haben einen Kill gemacht. Come on. Ja, eben. Und... Oh Gott, da bleibe ich verschwenden. Das war jetzt zu öffnen. Oh, Gott. Ach, Mann. Ja, aber... Zumindest haben wir jetzt gutes Equip, ne? Ja, das stimmt. Also. Tobi, sieh nicht immer alle so pessimistisch. Nein, du machst das ganz toll, wirklich. Alter, das war voller gute Schachzug, die Pigments anzugreifen. Ich verspreche es dir noch. Die werden auch jemanden killen. Ja, ja. Und dann will ich den Kill zugesprochen bekommen. Ja, komm zum Ende. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat. Tobi hat es anscheinend nicht gefallen, aber ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ach nein, war eine super Folge. Lass die Bewertung da. Du musst zum Anti-Aggression-Training oder so. Schaut auch bei Tobi vorbei, wenn ihr so einen richtig aggressiven Pee-Pee-Peeer sehen wollt. Bei mir gibt es dann so mehr als das Chillige. Ja, ein bisschen Bow-Slam-Action. Ich habe einfach wegge-Bow-Slam-Fällt mir auf. Oh Gott, ich habe jetzt eh alle Hive-Player gegen mich. Gott. Lass die Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Tobi vorbei. Nächste Folge wird dann wieder viel krasser, Alter. Ja. Tschüss. Tschüss.